Die Geschichte von AEG begann mit der Glühbirne. Die Geburtsstunde eines einzigartigen Unternehmens, bei dem die Entwicklung von Hausgeräten mehr und mehr an Bedeutung gewann. Mit dem Anspruch auf Perfektion in Form und Funktion und immer neuen Ideen für den täglichen Komfort. Seit 125 Jahren, bis heute und in Zukunft. 125 Jahre technische Innovationen und Design auf allerhöchstem Niveau. Werte, die sich auch heute in jedem AEG-Produkt widerspiegeln. Ganz besonders in den ausgewählten Geräten des limitierten Jubiläumssets. Versehen mit 125 Wochen Extra-Garantie und 125 Euro Cashback. Alles perfekt inszeniert für gute Geschäfte. 125 Jahre an Erfahrung. Ein unschätzbarer Wert für Ihren Erfolg. AEG. Perfekt in Form und Funktion.